hallo zusammen willkommen bei the hunter carl of the wild heute geht es in leden league auf großwild und zwar habe ich mir heute mal den vorderlader den hat sich kaliber 50 eingepackt diesen kann man sich in dem smoking barrel weapon pack holen mit zwei anderen waffen die schauen wir uns eventuell noch in den nächsten videos an und warum sollte man sich das eigentlich holen ich sag mal wer viel rauch mag ja ein bisschen nostalgie mag für den sind das richtig schöne waffen ich schieße sehr gerne mit waffen welche richtig krach machen welche richtig rauchen daher hatte ich mir das weg geholt und wir schauen uns da heute mal die erste waffe davon an und zu beginn noch einen kleinen hinweisen kleinen tipp von mir ich war jetzt gerade dabei hier in den leg meine karte aufzudecken und hatte jetzt alle außenposten und aussichtspunkte eingenommen bis auf einem wo ich mich gerade befinde und ihr seht ja dass die karte schon zu 90 prozent aufgedeckt aufgehellt ist es gibt immer noch hier graue beschattete gebiete und wenn man sich wirklich die mühe macht jeden einzelnen aussichtspunkt zu erkunden zu entdecken dann verschwinden sämtliche schatten auf der karte und die ganze karte wird frei da schauen wir uns jetzt mal an wir erkunden jetzt mal unseren letzten aussichtspunkt hier sehen wir uns jetzt den unterschied wenn man alle aussichtspunkte von der stadt freigeschalten hat, ist die Karte nahezu schattenlos. Man hat hier wirklich ein wunderschönes Gebiet jetzt und man sieht sämtliche Fragezeichen. Man hat jetzt eine Menge zu tun, die Fragezeichen zu erkunden. Was verbirgt sich dahinter? Ist es ein Informationspunkt? Ist es ein Schießstand? Das würde ich euch halt zum Anfang empfehlen. Macht dies, erkundet erstmal alle Aussichtstürme, dass ihr die Karte frei habt und dann kann man sich auch dran machen, die ganzen Bedürfnisgebiete nach und nach zu erkunden. Ja, weiter geht's. Wir machen uns jetzt mal zu einem schönen Spot auf. Den hatte ich mir jetzt schon mal rausgepickt und ich hole euch dann gleich wieder mit dazu. Bevor wir zur Jagd aufbrechen, schauen wir doch mal auf die HC Kaliber 50. Diese gibt es jetzt in drei verschiedenen Farbvarianten. Luna, Sol, Terra. Mit dabei jeweils das Pulver, Füllhorn, und dann kompatible Gegenstände. Es gibt zwei verschiedene Munitionstypen und es gibt noch ein separates Vorderlader-Zielfernrohr. Alles ist kostenlos, außer die Munition natürlich nicht. Das ist ja selbstverständlich. Und wir haben da jetzt zwei Typen. Es gibt die Bleirundkugel. Diese hat jetzt eine effektive Schussweite von 100 Meter, Durchschlagskraft 30, 30, Aufpilzung 30 und empfohlene Klasse 3 bis 7. Das ist eine gute Waffe für das gängige Wild. 3 bis 7, das deckt vom Schwarzwedel, Weißwedel bis zum Braunbären. Hier in Läden legt alles ab. Und dann gibt es noch die Kaliber 50, Minierengeschoss, effektive Schussweite 200 Meter, Durchschlagskraft 40, Aufpilzung ebenfalls 30, empfohlene Klasse 4 bis 8. 4 bis 8 deckt dann nochmal zusätzlich Wapiti und den Elch ab. Also diese Munition habe ich mir jetzt eingepackt. Wir wollen heute auf Großwild gehen. Effektive Schussweite 200 Meter, das ist schon mal richtig, richtig gut. Das kann jetzt keine andere Waffe, die mir bekannt ist. Und ja, Zielfernrohr, da gibt es nicht viel zu sagen, Vergrößerung 4 bis 8. Das sehen wir aber gleich, wie das aussieht. Soviel nochmal zu der Waffe, zu den Munitionsarten. Und jetzt können wir uns zur Jagd begeben. Wir schauen zuvor mal hin. Wo wollen wir hin? Im Zentrum von Läden legt befindet sich an dem rechten Flussarm hier ein Übergang. Den sieht man leider nicht auf der Karte, aber hier ist ein Übergang. Ich habe mir Dreibeinhochstand jeweils hingestellt und ein Zelt, das wir da hin und her spawnen können. Je nachdem, wie wir gerade die Tiere sehen. Wenn wir jetzt hier ein Tier sehen, können wir uns hier her setzen. Sehen wir hier ein Tier, können wir uns da hinsetzen, lassen wir hier großräumig alles abdecken. Ja, und ich habe hier richtig viele Bedürfnisgebiete entdeckt. Die meisten sind von 5 bis 9 Uhr, Vapiti und Elch hier anzutreffen. Wir haben es jetzt 6 Uhr 41, das sollte soweit passen. Ich würde jetzt aber dennoch mal die Uhr auf um 6 drehen, mich hier zum Zelt begeben und dann sehen wir uns gleich hier am Dreibein wieder. Wir sind am Spot angekommen. Wir haben es jetzt 6 Uhr 10. Auf 6 Uhr hatte ich jetzt die Uhr zurückgedreht. Hier befindet sich das Zelt, hier mein Hochsitz und hier sehen wir gegenüber einen weiteren Hochsitz und ein Zelt aufgebaut. Den Weg konnte man jetzt leider nicht auf der Karte entdecken, aber hier haben wir ihn. Der führt jetzt hier herüber und dort steht mein Hochsitz. Und es haben sich schon die ersten Tiere hier eingefunden. Wir haben jetzt hier schöne Roswell Vapiti Herde. Gucken wir da gleich mal durch. Einen Dreier hätten wir. Noch einen Dreier. Der ist sogar viel besser von den Werten her. Und wir haben 281. Das war aber eigentlich ein Elch, was ich gehört hatte. Ja, der wartet mal. Entfernung 200 Meter. Wird unser Vorderlader also locker schaffen? Jetzt ist die Frage, warten wir einfach noch ab oder legen wir los? Hier drüber haben wir wirklich sehr schöne Vapiti's. Ich glaube, wir versuchen aber das jetzt mal. Ne, der muss noch ein bisschen wachsen. So ein mickriges Geweih. Wir versuchen das jetzt mal auf die 200 Meter. Oh, 300 Meter. Er geht. Pass auf, den lassen wir zur Ruhe. Der kommt definitiv irgendwann wieder. Schauen wir mal, was hier noch so auftaucht. Wie gesagt, hier taucht wirklich eine Menge auf. Versucht das ruhig mal. Den wollten wir. Ich sag mal, der steht gar nicht mal so schlecht. Den könnten wir richtig schön in den Nacken. Ein Reinbraten 300 Meter. Das ist ordentlich. Wir hatten jetzt gelesen, unser Vorderlader hat bis 200 Meter effektive Schussweite. Dann ist das jetzt eine gute Möglichkeit, das mal zu testen. Wir können bis 200 Meter Nulldistanz einstellen. Und der Rest ist wirklich jetzt Glück. In Stückchen fliegt die Kugel natürlich jetzt tiefer, weil der 300 Meter Fand ist. Aber ich würde das einfach mal riskieren. Getroffen haben wir. Getroffen haben wir. Getroffen haben wir aber wohl nicht gut genug, dass er jetzt einen tödlichen Treffer hat. Er humpelt qualvoll lang hin. So, nachladen. Dass ihr das auch mal gesehen habt. Pulver rein. Kugel rein. Schön reinstopfen. So, Druckgebiet haben wir jetzt nicht. Den haben wir wirklich schlecht getroffen. Das heißt, wir müssen da näher ran. 200 Meter. Weiter macht das keinen Sinn. So, jetzt habe ich gerade hier ein Elch. Okay, das ist ein weiblicher. Könnten den natürlich mitnehmen. Oder kommen noch mehr. Warte da, guckt mal. Hier haben wir noch ein Prachtexemplar. Trophäenwertung bis 250. Das könnte ein schöner Goldabschuss werden. Und wenn wir Glück haben. Läuft der den beiden Mädels hinterher, ja. So, machen wir mal die Nulldistanz auf 100 Meter. Ich hatte natürlich vorher schon mal geschaut. Kurz hinter dem Übergang sind das hier genau 100 Meter. Ja, da kommt. Oh, da müssen wir uns sogar beeilen. So, wir haben hier einen Brunftschrei. Warnruf haben wir noch nicht. Wind kommt. Günstig für uns. Gut, wir haben gesagt, 100 Meter sind ungefähr hier. Das heißt, 120 Meter, würde ich sagen, hier feuerfrei. Ziehen wir mal einen Tick höher. Ja, den haben wir gut getroffen. Und Nafelder. Guckt euch das mal an. Die war Pitti. Hat die Null interessiert, dass wir hier rumgeschossen haben. So, was kommt hier? Die war Pitti. Ja, Nachladen dauernd. Geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. So, die sind jetzt 300 Meter. Das ist eindeutig zu weit. Was wir machen könnten, wir könnten rüber, ich habe hier in dem Busch noch ein Zelt stehen. Wenn das nicht zu laut raschelt, könnte das klappen. Ich würde das jetzt einfach mal testen. Tja, einige Zeit später wieder zurück auf unserer östlichen Seite nähert sich der nächste Elch. Ist jetzt nur ein wirklich sehr kleiner Stufe 2 mit einem mickrigen Geweih. Aber wir sind heute zum Schießen, zum Testen da. Und da würde ich sagen, wir legen hier auch mal direkt an. Und, ja, ich überlege gerade, versuche mal aufs Herz zu gehen. Ne, jetzt dreht er sich gut. Obwohl, obwohl, ich versuche mal Herz. Herz definitiv nicht, sonst wäre er schon umgekippt, aber es müsste ein Lungentreffer werden. Elch Nummer 2. Ich musste jetzt eine Zeit lang warten, da sich der Wind so gedreht hatte. Er hatte die ganze Zeit Richtung Norden geblasen. Ich konnte von der anderen Seite schlecht nach oben laufen, aber jetzt könnten wir das eigentlich mal angehen. Es gibt ja noch einige Gebiete. Es kommt ein weiterer Elch, ein Weibchen diesmal. Ach, wisst ihr was? Das nehmen wir mit. Es sind wieder 1000 mehr auf dem Konto. Wollen wir noch mal Herz versuchen? Ne, steht genau wieder so. Ich versuche es einfach noch mal. Wow, nickt. Und jetzt haben wir endlich mal den Qualm gesehen, welchen die Waffen produzieren. Habe ich jetzt leider immer zu lange durchs Zielfernrohr geschaut. Ich gelobe Besserung. 200 Meter. Das interessiert uns überhaupt nicht, dass wir hier rumballern. So weiter kann ich jetzt nichts erschweren. Ich würde sagen, wir legen einfach mal auch auf den Weiblichen jetzt an. Stellen wir unsere Nulldistanz auf 200 Meter. Und versuchen wir mal einen nackten Schuss. So, spotten das Tier. Beobachten die Gesundheit. Das sieht aber schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus. Hier wird noch mal. Ich gehe jetzt hier rein. Ich gehe jetzt die Züge- und ich rufe. Dann und ich rufe. Das ist gut. Wenn ich so, dann möchte ich noch ein bisschen schaue. Das ist gut. Ich gehe jetzt mal. Ich gehe jetzt mal an. Ich gehe jetzt zum Beispiel nach Mosch. Ich gehe jetzt mal an. Ich gehe jetzt mal ein weiteres. Mach誰 machen wir? Ich bin mir auch in. na los gehen wir rüber gehen wir mal einsammeln einmal silber ja war wirklich sehr mickriger ja wartet mal wir können versuchen mit einem nahschuss auf den schwarzwedel der hat ja richtig gesessen ja aufpülzung und durchschlag auf den kleinen schwarzwedel das hat auswirkung da schauen wir mal erst mal profenwertung 119 silberverwertung verwertung und 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 neuer tag neues glück muss man sagen ich habe jetzt die uhr noch mal auf 6 uhr gedreht wir haben es jetzt 6.27 diesmal habe ich mich auf der anderen seite platziert und das klappt wirklich wunderbar wir haben jetzt hier den nächsten schönen fang direkt voraus war pitybullen da legt man direkt an bevor der uns hier noch zu nah kommt uns noch entkommt wir haben jetzt null distanz 100 meter und ich denke mal wartet was kommt hier ich lasse mich schon wieder ablenken ein weiblicher Elch super war pity liegt Elch steht in Position wenn wir nachgeladen haben nehmen wir den gleich mit na er wir nachgeladen haben ist der über alle Berge oh guck mal da drüben dann nehmen wir doch lieber den mit er ist ruhig das kommt mir aber überhaupt nicht so vor ich versuche den jetzt einzulocken vielleicht schaffen wir es noch der ist jetzt schon über 200 Meter weg na jetzt ist er wie wie weg wir warten einfach mal noch etwas ab der morgen hat ja erst begonnen da läuft er ja vielleicht ist er auf dem Weg zu einem anderen Bedürfnisgebiet dann gehen wir mal einsammeln ja ich muss sagen Fazit er weist sich als mühsam mit dem Futterlader macht schon macht schon Spaß aber ich sag mal das Perfekte ist es leider nicht die Schüsse auf weite Distanz sind wirklich sehr schwer durchzuführen und auf nahe Distanz könnte ich jetzt noch nicht testen vielleicht haben wir ja gleich noch das Glück naja liegt ein bisschen schlecht für ein Foto aber schöne Silberwertung 263 9 Punkte am Gefehl zu der Goldwertung Lungenflügel links Leber die haut schon durch das ist schon eine mächtige Waffe wenn nicht sogar die stärkste Waffe im Spiel überhaupt Präzision kann ich wirklich nur sagen unter aller Sau man kann das wirklich sehr schlecht abschätzen ob man den perfekt trifft oder ob es total in die Hose geht ich würde mich jetzt mal flussaufwärts begeben Richtung Norden hier sind ja noch ein paar Bedürfnisgebiete und dann schauen wir mal ob wir da noch ein zwei Wapitis Elche aufstöbern können anders wie geplant bin ich jetzt noch mal ganz hoch in den nord-nordwestlichen Teil da hat er gesprungen hier haben wir jetzt auch ein richtig schönes Elchgebiet und ich könnte jetzt leider nur zwei weiblich ausmachen aber ich denke mal für unseren Waffentest ist das allemal gut die männlichen Tiere es ist halt so manchmal findet man sie manchmal sind sie einfach nicht da wir können auch eins versuchen wir haben jetzt hier ein weibliches und hier drüben haben wir noch eins beide stehen auf einem Fressgebiet das heißt es könnten jetzt noch mehr dazu kommen müssen aber nicht was wir machen können wir können es einfach mal herausfordern indem wir einen Ruf absetzen und vielleicht ist ja noch irgendwo ein männlicher in der Nähe so wir haben uns hier mal in den Busch rein verdrücken dass wir etwas bessere Tarnung haben funktioniert natürlich nicht ja Busch funktioniert aber und was sehen wir das interessiert die irgendwie überhaupt nicht wir sind am Fressen wachsam so er hat sich wohl auf den Weg gemacht ein Brunftschrei das klingt doch schon mal gut ich hatte im ersten Moment schon gedacht wir haben es geschafft wir haben den männlichen noch hervorgelockt ist immer noch wachsam ok ja der Wind hat sich gedreht da sehen wir sogar an dem Pollentier fliegen dass der genau zu dem Elch zieht so da ich ihn jetzt kommen höre nehme ich schon mal die Waffe Nulldistanz können wir nur bis 100 runter stellen das heißt wir zielen einfach einen Tick tiefer ja durchs geäst da ist ein stärkerer Ast ich weiß nicht ob die Kugel da durch macht oder nicht also mit dem Quad bleibt man an den kleinen Ästen hängen definitiv aber hier ich versuche das jetzt hier durch warte mal wir müssen etwas tiefer ansetzen ja den Blutfleck ich sehe bisher her das sollte gepasst haben also auch hier oben in dem Gebiet könnt ihr gern mal schauen hier habe ich schon öfters so richtig schöne Elche gefunden tödlicher Treffer na wer sagt es denn wir gehen einfach mal nach 5 Meter wir sammeln den noch ein jetzt und dann entscheide ich ob wir die Folge für heute beenden oder ob ich noch einen schönen Bullen finde ich denke es aber mal eher nicht heute ist wieder mal so ein Tag guckt euch das mal an wie der hier drin hängt der arme Kerl so wir haben getroffen ja richtig wieder durchgeschlagen Lungenflügel rechts ab in den Magen nochmal hinein mit bringt uns 899 Donner in die Büchse ja und falls ich jetzt keinen mehr finde würde ich dann mal das Video beenden ich hoffe euch hat es gefallen vielleicht gehen wir noch öfters los ihr könnt auch gern mal schreiben was ihr von dem Vorderlader haltet ob der euch gefällt oder ob ihr sagt ach ne der ist mir viel zu ungenau das dauert mir viel zu lang mit dem Nachladen oder gesagt der ist ja mal richtig toll das macht Spaß mit dem das ist meine richtig einstrengende herausfordernde Jagd auch ist vorallem Untertitelung des ZDF für funk, 2017